ja herzlich willkommen zu einer weiteren skin vorstellung bei uns auf dem kanal sofort und gleich wenn ihr keine videos mehr verpassen wollt dann drückt abonnieren direkt daneben auf aktivieren und dann kriegt ihr immer eine neue benachrichtigung wenn wir ein neues video laden dann zudem könnt ihr gerne mal ein leichter lassen dann würde ich sagen viel spaß mit dem video die glock ja leute hier ist er der guaco der taco skin sofort ist ein absoluter mega fan von tacos ist mit sein liebstes ja dann findet natürlich auch diesen skin hier richtig richtig cool dann lassen wir uns das ding hier anschauen werfen wir mal einen blick drauf der guaco man wir haben und ich werde keine diese diese zu Nun hat er gleich nochmal einen Hit abbekommen. Schauen wir mal, vielleicht hat er jetzt ein bisschen mehr Glück. Mitten auf den Tacoshell, jawoll, mitten auf den Tacoshell, so muss das sein. Jawoll. Und dann ist er auch schon wieder tot. Der Guaco und da landet er nicht mal und er ist schon wieder tot. Okay, jetzt versucht er sich den Sniper von da oben zu holen. Oh, da haben wir ja einen ganz anderen Skin hier noch. Haha. Geil. Der Borderlands Skin. Das war nicht ich. Da spielt noch einer den alten Piraten. Okay. Ich befürchte, er wird gleich wieder tot sein. Ja. Und da hat sie ihn auch schon wieder zerlegt. Und das war wieder der Pirat. Das sieht so geil aus, sieht so geil aus. Der Guaco sieht echt cool aus. Das ist echt cool. Ähm. Du hast ihn runter geschossen und der hat dich gekillt. Du schießt den runter, drehst dich um. Läufst weiter, als wäre nichts passiert. Der andere Typ steht auch da rum. Sieht ziemlich frei. Krass. Ja, da würde ich mal sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst mal bitte einen Daumen nach oben da. Schreibt was in die Kommentare. Abonniert den Kanal und schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Skin Vorstellungen bei uns auf dem Kanal. Sofort und gleich. Haut rein. Macht's gut. Bis dann. Und tschüss. Achso. Ja. Wäre cool, wenn ihr unseren Creator Code benutzen würdet. Sofort und gleich. TTV. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein. Was gut. Bis dann. Tschüss.